Ja dann brauchen wir jetzt nur noch. Ja gut das passt natürlich nicht weil der da vermutlich nicht genug Halt hat. Halt stopp. Könnte man hier oben auch noch Geschütze hinpacken? Aber erstmal müssen wir uns Iron Knight holen. Für weitere Ah nicht runter wollen. Warte mal dann müssen wir das hier anders machen. Dann nehmen wir das hier wieder weg. Das nehmen wir auch wieder weg. Oh dann müssen wir ja irgendwie da hochkommen. Novi, Novi, Novi. Novize, Novize. Warte mal. Wie wird das denn jetzt gemacht? Ah. Nein. Was ist das hinmachen? Nicht weg. Ähm. Schräge. Können wir direkt da noch eine Schräge ranpacken? Das wäre ja voll schräg. Warte mal. So. Guck mal. Dann können wir hier nämlich hochlaufen. Von hier auf da drauf springen vielleicht. Hm. Wäre natürlich toll wenn wir hier irgendwie eine hinkriegen würden. Warte mal. Wir brauchen nochmal. So. Jetzt was wir da ranpacken können. Das geht alles nicht. Das geht alles nicht. Das geht so nicht. Wenn wir das... So. Ah. So geht das. Nochmal die Schräge. Ja. Ne. Ja. Ne. Das passt nicht. Aber wir können von hier aus schon hier hoch. Das würde gehen. Warte mal. Kindert Bild. Vielleicht mit einem Foundation. Ähm. Ne. Das geht nicht. Geht auch nicht. Können wir hier irgendwo was ran bauen. Bödu böb. Bödu böb. Bödu böb. Naja. Das geht alles nicht. Das geht alles nicht. Na schade. Das mit den Foundations beziehungsweise wie man was bauen kann. Warum das hier zum Beispiel nicht geht. Warte mal. Wenn ich das hier wieder wegnehmen. Kann ich das hin da hin bauen? Nö. Wollen wir das da nochmal wegnehmen? Sehen wir mal. Das ist da weg. Oh. Nö. Das geht trotzdem nicht. Was zum Teufel. Was ist das denn da? Doch. Ich spinne. Oh. Gehackt. Dreckiger Vogel. Was war der Vogel denn von mir? Du spinn. Ähm. Ja. Ne. Funktioniert nicht. Schade. 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 Na gut. Dann packen wir das da wieder ran. So. Wohl das ist fast besser so wenn wir hier die Lücke lassen. Also wenn wir die zu machen. Kommen wir hier hoch. Über die Schräge wo wir dann runterfallen. Genau. Warum wir das jetzt machen können. Und das da vorne nicht. Das äh. Entzieht sich mir jeglicher Kenntnis. Ich meine wir kommen jetzt hier hoch. Das ist nicht das Ding. Warte mal wenn wir den hier wieder wegnehmen. Und dafür die Platte so reinpacken. Kommen wir sogar noch leichter da hoch. Aber dann können wir das ja auch einfach. Hier dicht machen. So. Können wir nicht daneben fallen. Genau. Ähm. So. Ist zwar ein bisschen frickelig. Aber es funktioniert. Theoretisch. Also zumindest theoretisch. Wo haben wir denn jetzt die Schräge da. Können wir die Schräge vielleicht hier so. Äh komm. Guck mal. Das funktioniert doch. Hier kommen wir so hoch. Ja das ist doch perfekt. Das ist doch perfekt. Dann kommen wir hier runter. Ähm. Jo. Da können wir nichts ran bauen. Da können wir auch nichts ran bauen. Obwohl wenn wir von hier aus. Warte mal. Wir machen das hier nochmal weg. Können wir hier wieder ransetzen. So. Und den hier. So. Vielleicht können wir hier einfach. Eine Platte drauf setzen. Kenn das Bild. Doch. Du kannst das bilden. Du willst es nur nicht. Du die doch einfach da dran. Dann sind wir alle glücklich. Machen wir das halt so. Ja. Trotzdem nicht. Warte. Wenn wir das so machen. Nehmen wir die hier nochmal weg. Komm mal ab. Ähm. Okay. Boah du oder Vogel. Erschreck mich nicht immer so. Ich versuche hier doch gerade. Was zu bauen. Kannst du doch nicht einfach. Hier. Ankommen. Und mich erschrecken. Ich dachte. Dass er das kann. Klappe Mann. Oh. Ey. Mr. Klapp. Ja. Klappe Mann. Klappe mi Banana. Lass ihn nochmal weg. Lass ihn nämlich nochmal weg. Lass ihn nämlich nochmal weg. Versuch ja nur. Hier was dran zu kriegen. Er sagt immer. Ging halt Bill. Warum kann ich denn hier jetzt. Keinen großen hinbauen. Verstehen. Dat funktioniert. Dat funktioniert. Ähm. Muss dat hier weg? Ja. Dat muss weg. Wir machen das hier nochmal alles weg. Dich auch. Okay. Du kommst auch nochmal weg. Und. So. Ja. Ja. Dat. 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 Und wie komme ich jetzt da hoch? Wo ist denn jetzt hier. Mr. Schräge. Okay. Da falle ich durch. Das ist total sinnvoll. Können wir denn hier eine Schräge ranpacken? Warum kann ich denn hier jetzt keine Schräge ranpacken? Das wäre doch. Super optimal. Ne. Das funktioniert alles so nicht. Warum funktioniert das jetzt hier? Wollen wir den jetzt wieder wegnehmen? Hält hier runter. Ja das ist ja super. Ist ja voll gelohnt. Nehmen wir das hier mal weg. Ähm. Ich meine wir können das ja auch anders versuchen. Können wir hier unten. Eventuell. Ne. Ach du. Oller Generator. Wo stehst du den Weg? Versuch doch nur. Da was dran zu bauen. Ähm. Okay. Ja. So war das zwar nicht gedacht. Aber. Die. 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 Ich krieg das noch hin. Oder, wer das letzte得ste was ich in meinem Leben doah? Ähm. Wenn ich aufhör so scheiße zu labern ist das wirklich das letzte was du gleich tust. Ähm. Sollst du das da vernünftig ranpacken? Dass man da vernünftig hochkommt? Wäre das möglich? Das ist ja nicht vernünftig. Wie kommen wir denn da? Wie habe ich denn? Wieso geht denn jetzt? Guck mal, so könnte man das machen. Müsste man hier nur einmal kurz springen. Guckt man hier runter, hier runter. Ja, das könnte man so machen. Gut, das hier nehmen wir dann wieder weg. Das brauchen wir jetzt ja nun nicht. Okay, jetzt haben wir den ganzen Tag damit verplempert, dass wir da hochkommen. Und, äh, Waffen haben wir jetzt keine neuen. Die wir eigentlich bauen wollten. Ich bin ja auch ein Held. Davon könnten wir noch einen bauen. Ja, davon haben wir fast gar nichts mehr. Davon könnten wir... Wieso denn nur einen? Ich habe 30... Ah, ich habe keine Proteine. Moment, wir haben noch vier Minuten. Dass wir zumindest zwei davon bauen können. Für die... Für die... Andere Seite. Ach, halt die Klappe. Proteine. Ähm, ja. Okay, das waren 16. Warum kommt denn da nichts raus? Da kommt ja nur Fiber raus. Ach so, Adi. Ja, Moment, den müssen wir hier einmal... Einmal hier... So weit da abbauen. Äh, stopp. So. 22. Das ist schon ein bisschen mehr. Noch nicht genug, aber schon ein bisschen mehr. 22. Komm, 30 Stück brauchen wir. 2 Minuten haben wir noch. 31. Perfekt. Und zurück. Da können wir nämlich da noch zwei Stück hinbauen. Und später dann oben. Aber dafür müssen wir erst gleich sammeln gehen. Force... Resist. Oh so. Force Resist. So. Ähm. Machen wir da eine hin. Da eine hin. Und dann brauchen wir höchstwahrscheinlich noch. Hohohoho. Er müsste eigentlich lang. Uns fehlt. Wie davon könnten wir noch einen bauen, wenn wir Proteine hätten? Noch einmal anderthalb Minuten. Ähm, ja. Okay. Fiber, 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 Fiber. Natürlich nicht viel Proteine. Aber das hat gelangt. Das hat gelangt, damit wir da hinten noch eine zweite Schattation hinbauen können. Dann machen wir hier nämlich noch eine hin. Perfekt. Okay. Viel Munition haben wir nicht mehr. Können wir noch welche herstellen? Ähm. Davon können wir noch welche herstellen. Ist zwar nicht viel, aber ist besser wie nischt. Guck mal. Dann können wir nämlich immer hier hoch gehen. Hier so hoch. Einmal kurz springen. Hier einmal kurz springen. Sind wir sogar hier oben. Das ist auch perfekt. Ich frage mich, ob man sich da irgendwie hinbauen kann zu diesen Dingern. Und wenn ja, was gibt es da? Oder ob die einfach außer Reichweite sind. Müsste man mal testen. So, von hier oben können wir das mal alles gut kontrollieren. Okay. Das läuft. Oh, das ist ganz gut. Die kommen da nicht weit. Ähm. Schauen wir mal hier. Ja, von hier kann man das wirklich sehr gut. Wenn der Strahl nicht wäre und man nicht blind werden würde. Wenn der Strahl im Bild ist. Das gut kontrollieren. Müssen natürlich das hier auch ähm. Ändern, dass die so komisch schräg stehen. Der müsste eigentlich weiter nach vorne hier. Der hier. Ja, wie und jetzt kommt nichts. Achso. Bumm. Ja, die werden natürlich jetzt ein bisschen beschädigt. Wups. Wir können uns zumindest verteidigen. Wenn es denn sein muss. Zumindest sieht es jetzt momentan recht gut aus. Was die Verteidigung angeht. Da 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 da. Ähm. Wo kamen die denn her? Wo kamen die denn her? Wo kamen die denn her? Ich glaube ich bin wohl. Wo kamen die denn her? Die sind an meiner Tür. Das finde ich nicht gut. Das finde ich nicht gut. Ey. Komm auf. Wo kamen die denn da oben her? Hm. Kommt man da? Ja. Komm ich auch. Wo wurde die überall angekrochen kommen? Nein. Jetzt ist auch schon wieder Krieg. Aha. Weggeschleudert. Na ja gut. Krieg und Frieden. Geh bitte hier. Bidüm. Oh. Oh.